Der zweite Spieltag, die EM, hat begonnen und damit befinden wir uns jetzt bei Tag 6, der Euro 2020. Herzlich willkommen wieder zurück zu einem weiteren Video. Ich bin euer Armit und wir blicken mal wieder heute auf die Spiele und die Highlights natürlich des Tages. Die Türkei verliert auch das zweite Spiel in der Gruppe A und ist somit eigentlich rechnerisch schon raus, wenn nicht noch ein Wunder passieren würde. Ich meine, ich habe ein paar Videos gesehen, wo es noch Leute gibt, die versucht haben, per, ich weiß nicht was für Vergleichungen das waren, aber irgendwie die Türkei noch in die nächste Runde zu sehen. Aber es wird schwer und gegen Wales sah die Türkei wieder sehr, sehr schlecht aus. Wieder zu defensiv, kaum offensive Akzente, muss ich ehrlich sagen. Und Wales hat mich positiv überrascht, wobei ich vielleicht ein Manko habe und das ist die Chancenverwertung von Ramsey. Der hat dann eigentlich einige bekommen von Gareth Bale super vorgelegt und hat die nicht gemacht. Aber irgendwann mal hat es geklappt, wenn es so oft passiert und du die Chancen vergibst, irgendwann mal kriegst du auch die Chance. Und dann kam eben eine schöne wirklich Flanke, denn ein Bale lässt sich immer fallen, schiebt den Ball rüber auf Ramsey über die Viererkette und der schiebt nur noch rein und damit die Führung. Gareth Bale hat die Chance dann selbst auf dem Elfmeterpunkt und ja, was soll man sagen, a la a la Golf hat er ihn übers Tor versenkt und dann aber trotzdem zum Ende auch noch ein Tor vorgelegt. Damit Wales auf jeden Fall Glückwunsch und sind jetzt mit einem Bein in der nächsten Runde. Italien entwickelt sich immer mehr zum Favoriten hier in der EM, wobei man sagen muss, chillt mal, wir sind noch in der Gruppenphase. Trotzdem exzellenter Sieg jetzt nach der Türkei, auch gegen die Schweiz. 3 zu 0 zerlegt man die Schweizer, das war wirklich eine super Leistung der Italiener. Locatelli zweimal, zwei Tore geschossen, der wird wahrscheinlich nur noch am Handy geschaut haben, welche Vereine jetzt bei ihm abklopfen. Super Spiel, super EM momentan bei den Italienern. Wirklich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn man in die K.O.-Runde kommt. Aber ja, Italien hier für mich eigentlich jetzt schon sicher auf dem ersten Platz durch. Im letzten Spiel hat dann Russland Finnland geschlagen. In der Gruppe B, Finnland hat ja das erste Spiel gegen Dänemark gewonnen. Russland das erste Spiel verloren gegen Belgien. Und damit ist es eben spannend. Super, super Tor von Mirancuk und beide drei Punkte. Finnland als auch Russland, Dänemark. Dass die Belgien schlagen, halte ich eher für unwahrscheinlich. Von daher, ich denke immer noch Belgien auf Platz 1 und sicher weiter. Aber spannender Zweikampf zwischen Finnland und Russland. Denn Russland muss am letzten Spieltag dann eben gegen Dänemark und Finnland gegen Belgien. Belgien. Also Russland, für mich hier die besseren Chancen zu weiterkommen. Aber wir lassen uns natürlich überraschen in der Gruppe B. Wir blicken natürlich noch kurz auf die Gruppen. In der Gruppe A, Italien mit sechs Punkten auf dem ersten Platz. Wales hat ziemlich gute Punkte gemacht. Denn am letzten Spieltag geht es eben gegen Italien. Und das wird auf jeden Fall das schwere Spiel. Würde mich nicht wundern, sogar wenn die Türkei gegen die Schweiz am letzten Spieltag gewinnt. Aber es vielleicht trotzdem nicht zum Weiterkommen als beste Dritte ausreicht. In der Gruppe B habe ich es euch schon ein bisschen gesagt. Finnland und Russland, beide drei Punkte. Aber letztes Spiel, Finnland gegen Belgien, Russland gegen Dänemark. Hier würde ein Unentschieden ausreichen für Russland, wenn eben Belgien gegen Finnland gewinnt. Also, es bleibt weiterhin spannend. Und für mein Highlight des Tages habe ich mir einen Spieler rausgesucht. Und zwar Manuel Lucatelli natürlich von Italien. Einen exzellenten Abend gehabt. Es war Sulu-Spieler. Und sich sicherlich auf die Transferliste einiger Teams gebracht. Und mal schauen, vielleicht landet sogar Italien am Ende im Finale. Und dann kommt der ganz große Move zu einem ganz großen Verein. Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert nach einem großen Turnier. Also, mein Highlight des Tages ist Lucatelli. Und heute bekommt ihr wieder drei Spiele. Habe ich vergessen eigentlich gestern zu erwähnen, dass es um 15 Uhr auch noch ein Spiel gab. Dieses 15 Uhr-Spiel heute, Ukraine gegen Nordmazedonien. Vielleicht trifft ja Pandev wieder. Alaba und Co. müssen gegen die Niederlande ran. Das wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Auch vielleicht um Platz 1. Und Dänemark gegen Belgien. Das letzte Spiel, sprich Lukaku und Co. gegen die Dänen. Das wird auch geil. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf heute Abend. Und wir sehen uns natürlich dann morgen wieder zu einem weiteren Video. Ich war ihr Armit. Vielen Dank fürs Einschalten. Zu D frustrating. 5 Ich war ihr Armit.